Ja, hier ist auch ganz kalt. Genau, aber ihr macht es da schon, das ist ganz gut. Wir müssen weiter, ich weiß nicht wohin, ich weiß ja nicht mal warum, aber wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Wir müssen weiter. Genau. Gut. Ich glaube, ja. Wir müssen weiter. 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 Dann, nach dem Dreh. Wir müssen weiter. Ja, okay. Können wir? Ja. Du hast die Haare an. Ja, und dann bist du recht? Ja. Ach, Atean, du weißt doch, wie das mit dem Ding ist. Du musst von da. Oh scheiße, nein, von da. So, dann kannst du nämlich, so weit wie du bist. Biss man dich im Zimmer. Solange sie jetzt auch nur an ihm vorbeifliegt, ist das okay. Warte mal. Okay, warte mal, ich kann doch posten. Mach eine digitale Fehler. Soll ich da eine Feder in der Hand haben? Ah ja, genau. Kannst du nicht greifen? Ist alles steif. Einfach mal aus dem Bild rennen, weil man weiß, ich muss eh in die Richtung, da ist die Sehlaufe vorbei. Ja. Sehr gut. Renne mal ein Stück hin, ich krieg dir mal ein Zeichen, wo du dann... Nein! Das ist eine Falle, komm nicht so nah. Ja, okay, genau. Perfekt. Nein! Das ist eine Falle! War das schon okay? Das war okay. Ach so, das sollte so sein. Ich krieg doch den Strahl ab. Nein, jetzt ist er am Rücken weg. Jetzt können wir uns nicht nochmal machen. Der Ton ist doch egal. Alter, das sieht schön scheiße aus. Ich dachte, ich hab irgendwo ein Blatt, aber was ist an meiner Arme? Was ist jetzt? Was ist denn jetzt? Du hast dich angehört. Ne, der Arme ist in der Tankzelle. Ja, fix doch! Ja, genau! So wie vorhin schreien oder anders noch? Irgendwas noch stärker irgendwie? Mach's mal. Und los. Nein! Das ist eine Falle! Das Gesicht danach nicht. War das okay oder weniger oder mehr? Ähm... Mehr. Weniger. Echt? Aber nicht so eine lange Pause zwischen. Ja, ich wollte auf deine Reaktion warten. Wenn du sagst, scheiße, dass ich gleich aufhören kann. Okay, also nochmal so nusch zusammen, ja? Genau. Und los. Nein! Nein! Das ist eine Falle! Action! Nein! Das ist eine Falle! Ja! Aus, Mann, ey. Danke. Fertig. Nee, du musst... Ach so, ja, stimmt. Wir haben es mit Hose probiert, aber es geht nicht. Nee. Und trotzdem sieht es immer noch wärmer aus als andere Kostüme. Ja. Also... Ich sag, im Sommer war das nicht schön. Das glaube ich. Ich hab ein paar Lebkuchen, wenn jemand Lebkuchen möchte. Im Update. Jetzt kannst du abmachen. Ach so. Ach so. Schön, dass er mitfängt. Ja. Es ist schwierig, wenn man so Flipper anziehen muss, ne? Ja. Flipper anziehen? Ja. Ich hab's gerade nicht rumgegessen. Du hast den scheiß Reißverschluss nicht repariert. Naja. Weiß nicht. Ja. Punkt. Was man hier eh nicht sieht eigentlich. Ich wollte nur was zumachen. Dann machen wir jetzt die Züge dran. Aber das muss hier noch in den Schlüpper. Das stimmt. Das könnte jetzt auch so sein. Also bei Beauty and the Milk war das so. Die haben dich wirklich komplett angezogen jeden Tag. Angeschlüppern? Ich hab auch mal regeln. Die hatten einen Kettenschlüpper. Ach was? Ich hab mich dann einfach eine Woche nicht gewaschen und nicht zu eiern. Das durfte ich nicht rasieren. Ach nee, die haben mich wahrscheinlich auch gewaschen. Nee, das ist kalt. Kalt. Es wird langsam wärmer. Es geht. Es geht eigentlich. Wenn die Staffel angefungen sind, geht's los. Ich dachte nicht. Hier müssen wir die Dinger wieder irgendwie durchzunehmen. Ich bin noch immer am Ende. Nee. Eigentlich müsste mal einer eine Karte fahren. Mach doch. Eigentlich müssten wir alle zu Meckles. Da geht's billig. Und die sind gar nicht mehr schlecht, muss ich sagen. Ja, hoffentlich schicken wir zu Meckles. Ja, hoffentlich schicken wir zu Meckles am nächsten Tag. Ja, schicken. Tengu Mecknugels. Tengu Mecknugels. Tengu Mecknugels. Ja. Richtig, irgendwie Mitteln. Ich muss schon ein bisschen kämpfen. Ja, aber wir kämpfen ja eher mit Effekten. Warte, warte, warte. Fynn. Ja, aber der ist schon sehr eng. Der ist schon so... Der ist ja wirklich nicht. Der ist ja Bewegungsspielraum, aber nachher auch sehr relativ gedrückt. Also dann musst du die Hand ja so heben. Okay, dass sie durchfressen. Ja, tatsächlich. Ja, was? Okay. Ja, ja, ja. Als schnelle Bewegung, so wie du es eben gemacht hast, beim Aufstehen. Nein, ich konnte mal gucken. Ja, stimmt. Wenn du erst dann oben bist. Ja, okay. Das muss man sehr nicht sein. Aber wenn es ihr Kraft gibt, macht... Okay, wollen wir drehen? Nein, wir wollen nicht. Halt! Halt! Ich kann nicht. Halt! 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 Nein! Das ist eine Falle! Sehr geil. Ich nehme auch die Vierjacken. Ich kann probieren. Perfekt. Oh, ja. Auch Funken. Wenn du das Klatschen nicht siehst, sagt man, wir geben dir einfach einer. Halt! Hier geht's weiter? Hier ist doch... Äh, nee. Du musst mehr nach da laufen dann. Mehr so in die Richtung. Und... Los! Und nach... Äh, rechts. Okay, perfekt. Das war super. Ich bin gegen Hebenverdrehen und bam! So, auf geht's! So, auf geht's! So, auf geht's! Warum macht es mir so einfach? Was ist, du hast den Ausablier zu behorben? Hyavan ist die mächtigsten Wesen der gesamten Galaxis! Ja! Und heute... Mensch! Ich bin anständig erzogen! Mein Muckchen! Jetzt hat das kaputt geschehen! Warte mal! Mit jetzt auf! Ich verstehe! So! Ja! Ich bin ein Käfig! Sie ist doch... Sie ist doch in diesem Burbel gefangen! Ach so! Wie viel Käfig! Ja! Aber er war so nett und hat ja noch ein paar Jacken drum gezaubert! Nee! Blöd! Bestehend aus Feders! Ja! Das wäre cool! So ein schwarzes Federkleid! Ich bin so ein vorbeigehend so einmal drübergebrochen! Ja, du bist doch meine entfernte Verwandte! Und... Knut! Das ist aber auch verwirrend, ey! Okay, sorry! Der muss da lang! Die Scheiße! Ich hab ihm die Anwärmung gegeben! Nein! Das Ding immer abgegangen! Sorry! Verdammt! Ja, okay! Wo rennt er denn eigentlich lang? Ja! Können wir? Ja! Action! Und... Glut! Ja! Das kann man hier machen! Ich würde das wirklich richtig nachführen! Ja, ich auch! Guck mal bitte hoch an! Wo ist denn? Wo ist denn? Wo stehen die denn da? Genau da! Uh! Essen bitte euren fälschen Mann! Okay, reicht! Ja! 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 Er und ich haben das verstanden! Und... Action! Schnitt! Ja! Ja! Keine Frage! Wollen wir anfangen? Ja! 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 Ich weiß, als ich den Text zu Hause mal zum Licht dort gesprochen habe war das für mich auch sehr ist das aufzusprechen! Ja! Weil es ja schneller geht in dem Moment! Ja! Und ich zeig dir! Wie wird das jetzt auch... Nein, dann sag doch auch einfach nur, was wäre es wenn du deinen Schnabel hältst! Und dann macht der sich kampfbereit! Und in dem Moment klatscht er ihn um! Ja einsarrt! Wenn du dann vielleicht nochmal so hingehst, so außen drauf gehst und lass dir nochmal so richtig die Fliege aufreißen. Ach er, ich dachte ich. Und du mal so richtig zeigst, dass du jetzt ein Böse-Ralo bist. Böse-Ralo. Tengo. Das ist dann halt irgendwie. Böse-Ralo. Ja. Also nochmal vor ihm fliegen. Genau. Und das würde ich nämlich dann so hinterher gucken. Genau. Tengo-Tango-Tante. Okay. Das geht doch jetzt in diesem Arm. Weißt du, jetzt habe ich was nicht mitbekommen. Okay, ich würde sagen wie viel. Warum lacht er denn so? Und... Hättchen. Weißt du, jetzt komm خal citation hin. Ich will alles und dann... Genau, immer auf. Und los. Warte, meine ich gut. Ich hab dich drüber. Ok. Ohhhh. Eah. 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 Tret ich dann schon mal um? Also mit dem rein und los. Sorry, das war überhaupt nicht. Ach ne, das ist... Wie weit wäre ich hier gegangen? Das stimmt, da gibt es eine Szene, wo sie auch so macht, wo sie Panty tot sieht. Ja, genau das gleiche. Kein Mensch kennt die Jägerin, was auch mitzumachen. Schon dagegen Bock. Ja. Den würdest du meinen, oder was? Nein, den ging gleich zu vorher. Ja. Das hast du nicht jetzt? Ich hab's nicht gesehen. Keine Ahnung. Das ist doch gut, wenn alle Haare wachsen. Ja, stimmt. Das nennt man normal. Wenn man nochmal was macht. Genau, er hat nämlich mit dem Wirbel. Mach mal halt. Sag mal irgendwas, sag mal was geht. Deswegen ist er immer dabei. Ja, dann lassen wir's halt so enden. Ja, okay. Deswegen ist er immer dabei. Deswegen ist er... Okay. So, ich möchte jetzt... Das ist so. Okay, cool. Das ist so. Das ist so. Okay.